Ich bin Caso und ich bin Ronny und wir freuen uns heute euch ein Reaction Video zu machen von BTS Dope and Sick So nach I Need You, was uns eigentlich voll sehr gefallen hat, machen wir jetzt zu Dope and Sick Mal schauen ob es euch gefällt Jetzt fangen wir an Big Hit Entertainment Mal schauen, bist du gespannt? Ja Mal schauen Was hast du für eine Uniform? Als Uniform finde ich schon cool gemacht Janko Als Co Fun Schon? Ja, eigentlich schon Oh mein Gott Was ist das für eine Haarfarbe? Der Haarschnitt Kann man drüber meckern Aber Haarfarbe Bin ich okay Bin ich okay Oh Gott krass Der kann Also ich bin schon ganz Wie schnell sie das machen Wie schnell sie das machen Oh mein Gott Ich bin froh und auch für geil Das wie dick zu kommen Mit den Brillehaaren Die Fliege auch Ich bin froh und Ich bin froh und Ich bin froh 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 Das ist geil Das ist geil Ich bin froh Ich bin froh Ich bin froh Okay Ich bin froh I Und ich bin froh Die Kameraschnitte haben die auch echt gut hingekommen. Die kommen dann jedes Mal gut hin, aber... Kann man trotzdem mal sagen. Aber am Tag haben sie das voll müde gesehen. Ja. Aber sie steigern sich immer wieder. Oh mein Gott. Ich habe keine Ahnung über was sie da singen, aber Klamotten, Kulisse und alles ist schon. Nein. Ja, jemand hat gesagt, dass sie über ihre alte Trainee-Zeit handeln. Okay. Die hart arbeiten. Ist schon. Harte Arbeit. Also ich rate euch, die Texte durchzulesen. Ach, die Übersetzung. Das werde ich auch machen. Hammergeil. Ja. 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 Also das Lied ist geil und das Video ist auch super. Und... Ich finde es super eigentlich. Und dieses Jahr haben die echt super Videos gemacht. Vor allem ein YouTube und das. Wenn ihr wollt, könnt ihr in den Kommentaren schreiben, wie ihr das Video fandet. Wie ihr BTS fandet. Wie ihr uns fandet. Ob wir uns verbessern können. Das ist unser allererstes Video. Und wenn ihr wollt, könnt ihr uns auch abonnieren. Also solltet ihr machen. Für gute Videos. Wir werden uns auch verbessern. Und... Ja. Und in Zukunft machen wir dann noch andere Videos. Und jetzt machen wir noch ein... Was Neues mal. Ein Reaktion Video zu einem Reaktion Video. Und... Dafür haben wir jetzt jemanden ausgesucht. Wir haben das Video noch nicht angeschaut. Und... Schauen wir mal... Wie wir die Fanreaktion... Die richtigen... So... Kpop Fans. Und wenn ihr wollt, können wir auch von euch Reaktionen machen. Die ihr... Für das nächste... Für ein nächstes Video dann. Schreibt es einfach uns in die Kommentare. Also... Dann fangen wir mal an mit die. Okay. Der Kanal heißt... KUBRA Original. Und zum Reaktion halt von BTS. Dope. Die Wand ist voll mit Prost. Das ist... Exo. Ja. Exo. Ja. Exo. Ja. Exo. Das geht's. Oh mein Gott. Ich hab den Weg. Ich verdecke Dio und Kai. Ich verdecke nicht so viele Bilder. Also was ich von denen erwarte ist... Das... Greichen. Schneck kann was auf 12 ist. Ja. Oh mein Gott. Ist doch egal. Ich sag gar nicht mal so schlecht aus. Ich sag gar nicht mal so schlecht aus. Monzo. Monzo ist zielt. Guck hier. Das sieht voll heiß aus. Oh mein Jimmy. Oh mein Jimmy. Oh mein Jimmy. Geil. Also die bekommen natürlich einen Herzinfarkt oder sowas gleich. Oh mein Gott. Die... Oh mein Gott die Haare. Ich hoffe... Ich hoffe man damit überlebt. Oh mein Gott. 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 Vielen Dank. Oh mein Gott. Was mich stört ist, dass die zwei Coaster verdeckt sind. Was ist das für eine Bearbeitung? Das geht mal gar nicht. Ich glaube der eine ist Tau. Nein, Tau ist Tau. Rechts. Mitte. Mitte von mir, genau. Hey Ronny. Links ist Kai und Dio. Dio. Ich bin so schmerz auf dich. Jetzt sind schon echt viele Posten. Ich habe doch mehrere Hände zu sehen. Ich kann Jimin einfach nicht wieder erkennen. Das war voll krass, gell? Die Reaktion ist von denen schon mal gut. Los. Das Bild ist etwas dunkler. Haben die wohl eine Nacht gedreht? Oder im Dunkeln? Wahrscheinlich mit einer Handykamera haben sie gedreht. Wie wir. Wie wir. Ja, wie wir. Also wir machen es auch mit dem Handy mit so einfach. Kann ich dieses wissen wollen. Das ist vorher anderer Mensch geworden. Besonders weil sich die Haare ändern. Dann hat sich das wieder ganz schön. Ganz schön. Ich weiß nicht ob ihr es hört, aber hier fahren echt viele Autos. Heute ist es auch ausnahmsweise immer schön hier. Ja. Schönes Wetter. Und der Wind geht. Leicht. Ja. Und hört Höhe gezwitschern. Das Gras weg. Und hört jemanden rasen nähen. Die auch mal offen sein. Ich wollte scheinlich genau das Rasen nähen. Vielleicht wollen die ein bisschen was liefern. Ich gehe nicht zu den Reaktions. Ich habe sonst ein Video in deren Reaktionsvideo. Ja. Die könnten auch über uns ein Reaktionsvideo machen. Naja. Wenn sie sich trauen. Ja. Achso. Ich werde nicht mich drauf kommen. Dieses Licht, der meint von Locken, oder? Ja. Das sind ja auch hier die ganzen Babas. Oh mein Gott. 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 Was mir auffällt. Wir haben auch ihre anderen Videos schon mal angeschaut. Ja. Und die sagen immer das gleiche am Anfang und am Schluss. Das könnten sie mal ändern. Eigentlich die Reaktion ist gut. Finde ich eigentlich K-Pop. So schlimm ist eigentlich nicht das gleich zu sagen. Wenn es halt was Gutes ist. Wenn es halt was Gutes ist. Die Reaktion sagt die ganze Zeit. Ja. Die könnten sich auch wechseln. Die können es mal ändern. Das ist nur mein Vorstell. Ja schlecht mich nicht. Auch wenn die Videos her vom allerersten zum jetzigen haben die sich echt verbessert. Ja das stimmt schon. Vor allem die Reaktion ist hier viel besser. Ja. Und ich hoffe in Zukunft macht sie es auch. Und vielleicht ein bisschen besser. Das wird es schon. Das hat auch jetzt mal unser Video an. Habt ihr sicher wenn ihr es bis jetzt angeschaut habt. Ich meine wahrscheinlich helfen wir uns auch gegenseitig und so weiter. Das ist ja nicht nur Nachbar. Ja. Oh nein. Du hast es gesagt. Also das war es jetzt mal von uns. Und beim nächsten Video werden wir dabei sein wieder. Habe ich voraussichtlich von Comebacks von Girls Generation und Hyuna. Ja Hyuna. 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 Und nach ihrem Solo Comeback nach Red. Das kann doch geil werden. Und ja. Dann sag ich mal Tschüss. Ich muss noch was sagen. Hyuna come to Germany. Ja. Please. Please. Dann. Bye. Bye.